Die Nazis haben uns die Staatsbürgerschaft aberkannt. Das steht auch in den Akten. Vater vorige Woche verstorben. Bei dem Zugunglücke, Leon. Tja, mademoiselle, warum heiraten Sie nicht? Es gibt doch genug Franzosen. Und das Problem der Einbürgerung erledigt sich von selbst. Auf Wiedersehen. Sieht aus wie eine Französe. Die Nase jedenfalls ist jüdisch. Schämen solltet ihr euch. Schnauze, Leuten wie dir hatten wir die Volksfonds zu verdanken. Und du, Judenmutter, warum antwortest du nicht? Kommen Sie. Was machen Sie eigentlich? November. Das sind Regenwolken. Herbstblätter der Todesmonat. In Wirklichkeit sterben die meisten Menschen nicht im Herbst, auch nicht im Sommer. Sondern im Kriegferial. Denk doch auch mal an November. Du brauchst dir nur vorzustellen, was ihr passiert, wenn die Deutschen sie passen. Warum müssen Sie alles zerstören? Ja. Ja. Oh, oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020